Das ist neu. Der stand da noch nicht, als wir hier waren. Der Zirkel hat dich zurückgebracht. Hast du die Wahrheit gelegt? Long hat ein altes Freund gewartet für dich. Der Reifert. Das letzte Mural hält die Schlüssel. Geh weiter. Niemand sieht diese Myths mehr klar als ihn. Okay, secret area, let's go. Klar, logisch. Hätte ich auch vorher wissen sollen, ne? Eww. Ja, gucken wir uns doch hier mal um. Ob es hier noch ein paar Achievement gibt's? Wir werden auf jeden Fall im zweiten Playbook genau darauf achten, wann und wo wir hin müssen. Im New Game Plus. Ja, ist wichtig. Rüberspringen hätte ich nicht können. Hä, wir werden ausgerutscht. Was kann auf dem Mei-Berg sein? Boss Rush. Das fehlt noch. Die Zeit läuft hier auch ganz wild. Schöne, ich muss dich in dieser Bitter-Cold ohne ein Herzchenkirchen. Es ist nicht einfach hier zu kommen. Ich weiß, dass du nicht gekommen bist. Ich weiß, was du nicht. Wan von Bitter-Cold am Bitter-Cold. Sie müssen mich verletzen. Du bist so schlimm. Sie müssen dich nicht hochverletzen. Mit deinem Herz tun, dass du kein Problem drum hast. Wunderbar. Oder jemanden, dich nicht zu drehen. Du bist gut am Bitter-Cold. Das ist es. Ich möchte mich nicht töten. Ich lege破rikt, dass du das, dein weinflusstherend." Ich kann es nicht töten. Das ist die einzige Weg. Er hat keine Wahl. Und ich auch nicht. So the four sons of Edward succumbed. Okay, wir haben einen neuen Challenger. Der wahre, der wahre Endboss? Geheim, Mayberg. Oh boy. Gut, dass wir den jetzt waren und hier ist im New Game Plus. Ja, auf jeden Fall eine Blockdinge. Ach du, kleiner. Ja. 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 Die Welt ist cool. Yoooooooooooooooooo! Oh, das ist schlecht. 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 Okay, okay. Oh, das ist schlecht. 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 Ich habe ein paar von ihm Spock. Okay. Das ist alles. Ich werde zurück. Aber los geht's! Gale Smith! Und Shadow Step! Ich habe eine Spannung für Ninesky. Schwester als Schrodinger Star. Deine Ahnung sind so lame. Und langsam auch. Und langsam auch. Okay. Wir lernen. Wir müssen unsere Zauber anpassen. Okay. 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 In der zweiten Phase macht er nämlich kein... Kann man nämlich hier mehr einfrieren. Heißt, wir werden... Mal gucken. ... Der Slogger, der Gestern, der Proof, der Verlangen ist. Was ist das? Okay, wenn ich mir das ganze Mana klaue, das ist ja auch irgendwie öde, oder? Boah. Okay, also ohne. Jesus, das wird heftig. Boah, wir machen ihm auch nicht so viel Damage, weil er blocken kann. Wir können ihm nicht einfach wegbursen. Tju. Tju. Oh, 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 oh. Ich habe etwas von diesem Spock. Das ist es. Ich werde mich zurückziehen. Los geht's! Als ob er auch immer der Zeitlupe gegeben hat, der Boyd. Oh, fuck, jeez, bro. 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 Das war's für heute. 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 Okay, gibt's ja... Gibt's hier eine Safe Zone? Wäre lustig. Das war's für heute. 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 Ich bin gleich mal am gucken. Ich glaube, wir ändern da gleich mal was. Das war's für heute. Das war's für heute. Alter. Nicht eingedodged. Ich weiß, was du mehr machst. Ich weiß, was du mehr machen. Okay. Okay, der Text ist random. Hat nichts... Hat nichts mit der Prozentsatz seines Games zu tun. So. So, in dem Fight brauchen wir nicht so viel Mana. Bedeutet, wir wechseln unser Getränk. So, das. Das, guck mal, Außerkommenden selbst, da, hier ist es. Was haben wir denn hier, Brandresistenz, Schockresistenz? So. Schauen wir mal. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du. Das ist aber auch kein Damage. Ich habe einen Spock. Das ist alles. Ich werde nicht zurückkommen. So now, the next one! Gottfried! Alter, wie ein Kombo. So viel Fancy um nichts zu äußern. Es ist so geil, es ist so geil. Es ist so delayed und ich habe auch irgendwie dann, keine Ahnung, Arsch offen oder so, wodurch er mir da auch einfach hinten reinschieben kann. So viel Zeit zum Ausweichen. Damn, was ist denn? Geht einfach komplett hemmen, oder? Na ja, wollte er ja auf mich gehen, aber er darf nicht. So viel Zeit zum Ausweichen. So viel Zeit zum Ausweichen. So many ghosts haunt the path of triumph. Let's go. Okay. Oh, okay. Oh. 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 Oh boy. Oh boy. Oh boy. Da kommt, beim Dank kommt auch noch die Welle. Ich muss den Angriff perfekt deutschen, damit ich beide Sachen ausweichen kann, glaube ich. Jesus. Der wird heftig. Das wird unser Tagesaufgabe hier. Endlich mal ein Kampf. Das kann ich gar nicht. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Dann wollen wir. Komm. Oh, come on. Ah, ein paar Sachen in my ass. Das ist alles. Ich werde nicht zurückkehren. Seine Kombo zerfickt einen richtig hart. Embated. Dauert gerade so lange, dass du dodght, um dann wieder da zu sein für den Angriff. Holy shit. Muss man jetzt lernen. Ein bisschen auf den Instinkt spielen, auf die Verteidigung, also auf die... Ach, like me do. Ich weiß, was ich meine. Let's go. Achtung, Achtung! 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 Ah, doch. 3 HP, oder nichts HP quasi für den Phasenwechsel. Ach, diese fucking... 3 HP, oder nichts HP? Es ist zu früh. Was ist das denn? Was ist das? 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 Okay. Was ist das? 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 Jo, er hat mich einer Kombo weggestimmt. Hat er kurz das Gefühl, das wär's gewesen, ne? Huuu, Baby! Gucken, ob sich da was ändert. Jesus Luise ist, Alter. Das ist ein spannender Fangkampf. Was? 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 I do have some of his spot. That's it. I won't fall back from now. Next one. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. mein Vater, dein Willen, vom Kissen. Trink. Er hat einfach nicht getroffen. Meine Flasche nehmen. Manchmal trinkt er direkt und manchmal braucht er 20 Minuten, um zu trinken. Ich verstehe nicht. Da ist ein Hit-O-Misschen in diesem Fight. Entweder bin ich Gott oder ich bin Flop. Die Sonne geht auch schon unter. Ah. Ah. Oh, oh, oh. Ja, er gewinnt natürlich. Ja, er gewinnt. 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 Ja, der Trank ging einfach durchs... Ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja! 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 Du hast meine Geist, Monke. Als er nach der Execution Yard wurde, der Schleifte und Kudgel warst, der Kluz und Kudgel warst, und jedoch, der Schleifte und Kudgel warst. Aber er hat seine Leben für dich in diesem Ort gegeben. Herr, lass uns dich sehen, aus dem Kudgel. Von seinem! Der Schleifte und Kudgel warst, der Schleifte und Kudgel warst. Der Schleifte, und viele zusammen. Nachdem er da war, war er derjenige, der Schleifte. Ich relische! Hehehehe! Er fickt mich hart! Er macht mich so nass! Okay! 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 Wir haben was! Hier haben wir's! Jahrhundert! Oh! Ja! Oh! Ja! Oh! 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 Vielen Dank.